Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Ja. I, um, I got into a fight once. And what happened? And it ended really badly. After that, I wasn't allowed to talk to my family. That's so sad. Let's move this thing. Ow! Bist du okay? Ich habe meinen Finger verletzt. Ist es schmerzend? Ein bisschen. Ich finde dir einen Bandage. Dad, gib das Auto für das Ding hier irgendwo. Warte, 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 warte. Jetzt können wir es benutzen. Lee? Ja? Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen und ich nicht da bin? Sie werden uns aufhören. Keine Angst. Ja, okay. Aber wir sollten einen Blick aufhalten. Ich habe meine Walkie-Talkie, in case sie versuchen. Bleib bei mir bis dahin, okay? Das ist was ich dachte. Schade. Sind das Dino-Pflaster? Komm schon, bitte Dino-Pflaster. Kann ich noch mal reden? Achso. 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 Äh. Ja. Ein Ding. Kein Ding. So, dann würde ich sagen, gehen wir zur Apotheke. Ach ja, da war ja was. Stimmt ja. Bleib ehrlich. War er schlecht? Er war. Wie geht's? Gut. Willst du nachher schauen? Ja. Können wir die Fernbedienung geben? Ah nee. Ah. Ja, es funktioniert. Wie geil. Das ist mega nice. Ich nehme das Foto. Nein. Ja. Ja, was könnten wir machen? Ahem. Ahem. Doug, du willst diese Tür öffnen? Was für das? Du hast den Kombo, oder? Nein. Hat jemand es nie? Ja gut. Ja gut, dann müssen wir erstmal wieder rein und da noch was suchen. Okay. Verdammt ey, verdammt. Er ist Duck. Okay. Oh. Oh. Hey there. This is Glen. And, uh, I'm kinda in a jam here. Uh, little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I, uh, saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the roaming ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glen's trapped down at the motor inn. Hey, Glen. We're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glen back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around Zombies, and you've got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glen, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Does it sound too bad there right now? Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Nochmal kurz den hier vorne Bescheid sagen. Hey. I'm gonna get back to him. Sounds good. Wow. Okay, dann sag ich dir nicht Bescheid. Okay. Dann halt nicht. How are we doing it? If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. Hey Carly. 50-50? Vielleicht? That radio sign off didn't sound too good. Are you okay? I'm fine. You're really fine. All your colleagues are probably there. You don't think I know that? Of course I'm not fucking fine. God, leave. Just leave me alone. It was a bad choice. I was in panic. Are you ready to head out? You got it. You? Let's go. Yeah. Hätten wir vielleicht nochmal mit Clementine reden sollen? Äh je. Äh. Ja. Bestimmt. Verdammt. Haha. Not even close. Did you see that? Sure did. Be ready to shoot. Guys! Oh, man. I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Uh, right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen. I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't. And that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. And I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about it if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Hahaha. Okay, hinterm Auto ist noch einer. Da drüben ist einer. Oben sind zwei. Da chillt einer. Okay. This is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah. It's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. No one attracts these things. Now let's have a look around. Hey. There's one back there. Trying to get into a room. But I didn't see anyone actually in there. Okay. Here it was. Okay. Da hinten könnte man hin. Und halt da drüben. We can hide by that pickup. I saw one lurking on the other side of that car. We can probably make it over to the RV. Or down to the truck if we're quick and quiet about it. Where to next? Da ist halt einer hinter dem Auto und da ist halt der Typ. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Der Typ. setzte uns upp. Er sieht uns die. Der Typ ist da hinter dem Auto. Ja. Guten Abend, Zombiefreunde. Guten Abend. Und Chris. Wie geht's dir? Alles bitte? Okay. Äh! Aber der Geräusch? Folle einfach meine Liede. Bleib gerade hinter mir. Okay. Sie haben uns nicht gehört. Ich wollte eigentlich nur anschauen und nicht das Kissen schon bei dem Usen. Damn. Ähm. Klar immer. Das freut mich. Ist sehr nice. Und ja, mir geht's auch gut. Achso, ich kann nicht klagen soweit. Ich könnte wieder nach da. Tür. Auto. Dann würde ich den wegböllern, ne? Was ist mit dem dort? Ah. Ne, mein cooles Game. Ja, ich bin auch. Also es macht mega Spaß. Okay. Wollen wir mal kurz hier rüber. Sehe ich halt nur den. Gehen. Ich will nochmal hinter uns hinrennen. Und so gucken. Könnt ihr hier auch nochmal rüberlinsen, glaube ich, ne? Nach, genau. Nach rechts. Oh. Ah. Ne, einschlagen kann ich's nicht. Aufböllern kann ich's nicht, ne. Das geht nicht. Achso. Nach oben und nach rechts ist also das gleiche. Was kommt. Alles klar. Ah, dafür hätte ich das Kissen gut gebrauchen können, glaube ich, ne? Mh, damn. Achso. Schade. Die Tür geht nicht auf. Dann wollen wir mal schnell da hinrennen. Da weiter gucken. Geht die Tür auf? Ja. Oh, nice. Sehr nice. Gang wechseln. Das könnten wir gebrauchen. Ich glaube, wir können den Mann von der Wand über da hinrennen. Oh. Den bei der Wand kriegen wir auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, wie es mit der da aussieht. Kann ich nochmal... Zurück zu diesem anderen... Ah, ich konnte nochmal nach rechts gucken, ne? Kann ich nochmal zurück zu dem anderen Dingens da? Äh. Ich glaube, hinter die Mauer kann ich nicht nochmal. Zündkerze. Okay. 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 Alles fit. Alles fit. Alles fit. Uiuiui, Alter. Ich dachte grad. Okay. Alles klar. Dann können wir jetzt... Zu dem... Und jetzt hier links eigentlich... Ups. Hier den... Ne, wie es aussieht doch nicht. Ich könnte das Auto jetzt schieben, aber das wäre halt auch doof, oder? Ja, was ist mit den beiden da oben? Das ist halt das Problem, würde ich mal meinen. Ich weiß halt nicht, wie ich die beiden da oben kriegen soll. Mal suchen das mal. Und leise? Was? Okay. Oh, ich hab da eben noch einen gesehen. Da hinten war eben noch... Ah, jetzt kann ich wieder hier hin. Okay. Und hier nochmal... Okay, gut. Wir müssen also... Wieder nach dort hinten zurück. Können wir den wahrscheinlich mit dem... Äh, Schraubenchlüsse killen. Schätze ich jetzt einfach mal. Aber wo sehen die uns? Ne, ne? Die da oben, die sehen uns glaube ich nicht dann. Ganz leise. Psst. War das leise? Ja, war's. Alles klar. So Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein.